Wunderschönen guten Morgen, meine Kinder! Wie geht's euch? Wie ihr merken könnt, meine Adrenalin-Euphorie-Begeisterung ist durch den Wind. Heute werde ich einfach... Juh, die Kamera ist dreckig. So wie meine Witze. Auf jeden Fall, mit diesem Video fange ich offiziell, 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 ein neues Format. Rafa testet Berufe. Ich werde versuchen, jeden möglichen Beruf zu testen. Einen Tag als Praktikantin, als Polizistin zu arbeiten, als Arztassistentin zu arbeiten, als Nageldesignerin, als Köchin. Ich werde, sofern es geht, versuchen, jeden möglichen Beruf zu testen. Und ich nehme euch mit. Heute fangen wir mit dem besten Beruf an. Ich werde Nageldesignerin. Aber bevor wir mit dem Video starten, möchte ich euch informieren, dass ich seit letzten Freitag einen Twitch-Kanal habe und ich zweimal wöchentlich durchgehend dort drauf streamen werde. Da ist es. Miss Plastic ist wieder am Start, um euch aus euren ursparen, traumigen und vor allem sinnlosen Abenden rauszuzehren. Komm mit mir. Durch Wüste. Ich. Oh Gott. Durch Horrorhäuser. Oder Traumwelter. Wow. Oh mein Gott. Was erwartet ihr noch? Folgt und abonniert meinen Kanal, um immer in die vordersten Sitzplätze diesen messy und dramatischen Catwalk-Gaming-Streaming-Kanal zu sein und euren Leben zu genießen. Bis bald. Wie ihr auf mein Twitch kommt, steht unten in meiner Beschreibung. Bonita, bist du aufgeregt, dass deine Mutter eine Nägeldesignerin wird? Renn mit mich davon. Please. Soll ich deine Nägel machen? Please. 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 Of course ist Futter wichtiger als ich. Ah. Ah. Als erstes fangen wir mit Make-up an, weil ich kann nicht Nägeldesignerin Queen Legend Icon werden. Wenn ich wie eine Ratte ausschaue. Gerade sehe ich aus wie der Guss von Weihnachten. Aber ich bin nicht freundlich. Ich bin nicht Casper, der freundliche Geist. Ich bin Casper. Psychisch gestörter Geist. Call me an Ambulance. Meine Kinder, Make-up ist ein Prozess der Zeitbrauen. Und wenn man Zeitdruck hat. Well, shit. So meine Kinder, das ist ein fertiger Look. Oh. Look at this, honey. Ist das zu viel für eine Nägeldesignerin? No. Es ist nicht zu viel, um Looks zu geben. Ich habe auch ein ganz dezente Gold-Anband drauf gesetzt. Mit ganz dezente Goldohrringe. Weil... Ja, weil... Ich weiß nicht. Als Verstärkung habe ich entschieden, mir Plätzli zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das sind einfach so... Wie heißt sowas? Taschen? Maultaschen. Auf jeden Fall ist so eine... Gefüllte Taschen. Gefüllte Taschen. Gefüllte Taschen. Mit was sind sie denn gefüllten? Mit Pilzen, mit Champignons. Sehr lecker. Wichtigste Wasser? Ja, mein Auto ist dreckig. Wie meine Witze. Haha. Und sehr wichtig für Musik. Telefon. Die Kaiserin kommt. Five minutes later. Also meine Kinder, ich bin jetzt bei die Königin Jenny angekommen. Also, erste Frage. Bist du aufgeregt? Was denkst du? Was wird das Ergebnis am Ende sein? Werde ich Okay-Nägel machen? Werde ich Katastrophe-Nägel machen? Wir werden das sicherlich irgendwie hinkriegen. Und ganz untalentiert bist du ja bestimmt nicht. Warte, ich mache eine kleine Studio-Tour. Wenn man bei ihr reinkommt, man hat ihre Tische, wo all dann das gute Glitzer vorhanden ist. Mein Gott, wie viele Glitzer hast du? Es gibt nie genug Glitzer. Das stimmt. Und man hat ihre Nägel-Tablar mit 700.000 verschiedenen Farben. Die ganze Utensilien. Mein Gott, ich freue mich so zu feilen. Ist das langweilig oder ist das fun? Ist das auch anstrengend? Ich bin sehr schlecht mit so Hand-Hand-Jobs. Was? Du arbeitest mit Acryl, oder? Genau. Oder machst du auch Gel? Nein, nur Acryl. Nein, nur Acryl. Guck mal, wie schön. Sie hat einfach einen rosen Stuhl. Ich kann nicht mehr. Und diese, auf diese freue ich mich am meisten. Die Jenny wird meine Lehrerin sein. Ich werde die gute Schülerin sein. Ich möchte ja ganz viele verschiedene Sachen bei ihr ausprobieren. Aber vor allem, ich will ihr diese Stickers auf die Nägel kleben. Because this is iconic. Oh mein Gott. Wie startest du den Tag? Oder besser gesagt, was ist dein Ritual, bevor eine neue Kundin oder eine Stammkundin zu dir kommt? Also mein Ritual ist meine schlechte Angewohnheit. Ich gehe noch eine rauchen. Dann gehen wir jetzt eine rauchen, würde ich sagen. Ich muss rauspacken. Egal, egal. Jetzt sind wir total entspannt. Weißt du, dass ich vor kurzem meinen Traum gehabt habe? Ich habe geträumt, dass ich sieben Zigaretten an einer Party geraucht habe. Und jemand hat mir eine achte angeboten. Und im Traum habe ich gedacht, ich darf sie nicht rauchen, weil sonst bin ich süchtig. Und seit einer Woche, dass ich diesen Traum gehabt habe. Ich habe so Lust auf Zigaretten. Nein. Ich schwöre dir. Ich habe keine Lust. Nein. Wie angenehm. Magst du Geräusche? Ja. So schön. Jetzt musst du die Handschuhe anziehen. Ziehst du sie immer an? Nein, ich ziehe die Handschuhe an. Soll ich die Ringe ausziehen? Weil eigentlich sonst ist mein Look dann nicht mehr ganz. Warte, ich kann meine Finger nicht mehr reintun. I'm too stupid. Ich finde die Löcher nicht. Fehlt es noch was oder wäre ich dann bereit für die Kundin? Dann machst du das Kissen dahin. Du musst noch die Lüftung anmachen. Da. Rechts. Wie heißt diese Maschine? Nagelfresse? Fräser. Fräser. Es gibt auch diese Köpfe. What the fuck is this? Das ist zum Staub weg. Und welche benutzt du am meisten? Den da. Aber diese ist am hübschesten. Wie eine YouTuberin. Jetzt drehst du das Ding ab erstmal. Wie? Das aufmachen. Und dann kannst du einen anderen Aufsatz drauf machen. drücken. Drücken. Ah! Und dann kann man anfangen. Sobald die Kundin da ist. Aber auf! Mach deine Nähe nicht kaputt. Ich sagst mir. Schön. Das ist ein Ultraschallreiniger. Die Fräser säubern, dass der Dreck weggeht. Und das ist so ein Licht-Sterilisator. Warte man da an. Sterilisieren. Sterilisieren. Kannst du deine Katzen rein tun. Wir sehen uns gleich, sobald die Kundin da ist. Also meine Kinder. Die Königin, die Kundin des Tages. Sami reist hier. Hallo! Kurze Frage. Bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Und freust du dich, dass ich deine wunderschönen Nägel zeigen. Mit deinen Nägeln demoliere. Ich gebe mich auch Mühe, dass ich dir nicht weh tue. Gar nichts. Okay? Perfekt. Ja. Okay Liebes, erklär mir. Schaltest du das ein. Und dann müssen wir die obere Schicht ja abnehmen. Und dann fräst du von hinten mal. Und dann gehst du von hinten nach vorne. Und machst die Farbe weg. Und du musst immer aufpassen, dass du nicht die Haut berührst. Und dann machst du Bier, Blut, Schlafe. Ui. Ich glaube an mich. Warte, zuerst hast du es so gemacht. Ja, von hinten. So, ne? Oder so. Das mache ich immer von rechts nach links. So. Mein Gott, die Nerven zusammenbruch. Ich denke, so ist es einfacher. Oh mein Gott. Das ist gar nicht so einfach. Ach. Jetzt habe ich ein Stück weggefeilt. Ja, wenn du zu viel feilst, dann kriegen wir keine gerade Form mehr hin. Du siehst mich direkt am Anschreien. Ich schwitze, ja? Guck wie toll. Die Jenny unterstützt mich gerade. Weil wir wollen, dass schlussendlich die Kundin Pamira zufrieden aus dem Laden geht. Ja. So jetzt, dass wir mit den Nägeln fertig sind, mit dem Feilen, werden wir das ganze Pulver wegfeilen. Das finde ich immer so beruhigend auf der Haut. Ja, ist es. Jetzt haben wir ja alles abgefeilt. Jetzt nimmst du den Primer. Den machst du aber nur auf den Naturnagel. Und wenn das dann mit der andere geht? Geht's in der Luft. Nicht so schlimm, aber das müssen wir jetzt, damit es besser hält nachher. Was soll halten? Das Acryl. Ah. Wo wir dann später drauf machen. Einfach genau. So. Bist du zufrieden? Das ist super. Mein Gott, das kann ich gut. Du bist immer so schnell, wenn du das machst. Du machst flonk, klonk. Jetzt nimmst du ein Tuch. Das? Ja. Dann haben wir hier die Acrylflüssigkeit, das Liquid. Und... Kannst du es sehen? Und das Pulver. Ich so. Am riechen. Der ganze Pulver in meine Nase. Und den Pinsel. Dann tumpfst du den Pinsel jetzt in die Acrylflüssigkeit. Ui. Und dann streichst du ihn einmal am Rand ab. Und dann, du gehst so rein. Und dann machst du so. Und dann hast du so einen Ball. Ah. Und dann kannst du die restliche Flüssigkeit da weg. Und dann musst du aber schnell... Zeig. Mach du drauf. Weil trocknet sie. Das trocknet ganz schnell. Okay. Und dann musst du eben ganz schnell arbeiten. Und zieh das so nach vorne. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Okay. Ah, 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 ah. Und dann... I, 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 i. Ja, genau. Guck. Und jetzt, oh mein Gott, schnell. Ah. Entschuldigung, what are you laughing? Oh. Yeah, yeah. Guck, sieht voll toll aus. Oh mein Gott. Warte. Okay, das ist das, was Jenny gemacht hat. And this is me. Fast. Soll ich noch ein bisschen drauf? Okay, dann ich muss noch seitlich. Wow. Das sieht ja beschissen aus. Warte, was ist das denn? Guck. Yeah. Ist schon hart geworden. Ist schon hart. Wir zeigen auch die mittlere, weil ich habe ein gutes Gefühl. In der Mitte so, genau. Und jetzt musst du es nach unten einfach verstreichen. Ah, genau. Streichen, streichen. Die anderen Seite auch. Das sieht schon besser aus, ne? Mhm. Wenn man die erste mit der zweite vergleicht, die zweite sieht schon besser aus. So, jetzt müssen wir feilen. Der Nagelfräser. Ich zeig's dir mal bei dem grad. Ja. Das muss halt alles da weg. Okay, ich probiere dann diese. Oh, Baby. Oh, ich hab ein Loch gemacht, denke ich. Mein Gott, wieso bleibt sie stecken? Hallo. Hast du Brillen? Weil Jenny zieht immer so Brillen an, wenn sie dieses Job macht. Geil. Okay. Kannst du mir helfen? Nein. 5 Minuten später. Mal gesehen. Von jemand, das zum ersten Mal das macht? Oh mein Gott. Ich fände geil, wenn man richtig so bunte, kreative Nägel für Samira machen würde. Willst du verlaufende Nägel auch noch drin haben? Wir probieren einen Nagel mit Verlauf. Okay, dann wir haben diese. Ui, okay. Hinten die Nägel. Es gibt immer eine Nummer. 101. 181. Guck, wie ordentlich der drin ist. Wow. Sollen wir auch ein Violett machen? Ja. Das sieht geil aus, nicht? Oder magst du lieber das? Ich würde lieber Pastel aufnehmen. Ach, sogar nach Nummer hast du sie aussortiert. Glitzer. Sollen wir Gold? Oder Silber? Was hast du lieber? Ich mag auch Gold besser. Diese oder diese? Oder diese? Dieses. Wirklich? Bist du sicher? Okay, nee, dann das. Ah, ja, ich finde es besser. Bist du dir sicher? Ob alles zusammen passt, wir sind sehr gespannt. Drückst den Pinsel bis zur Nagelhaut, aber nicht berühren. Genau. Sieht so schön aus. Mal rein. Jetzt für uns hart arbeitende Damen. Ich habe ein kleines Loch im Magen bekommen. Und meine neue Arbeitgeberin hat mir das. Welche würdest du nehmen? Ich kannte diese gar nicht. Puff? Diese heißen einfach Puff. Du gehst zum Türkenladen. Mein Gott, guck, wie geil. Das Ding hat einfach Läsches drauf. Jetzt habe ich den besten Job gemacht bei ihr. Komm. Na, wir machen eine kleine Pause. Eine Puff-Pause. Das wären dann aber noch Nägel. Ja, ja, passt. Möchtest du auch Puff? Neder? Neder sein. Oder Schokobistik? Ja, gerne. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt jetzt. Gibst du ganz im Mund an. What the fuck ist das, Ani? Jetzt machst du den Klarlack da drüber. Wieso halte ich den Finger nicht? Oh mein Gott, mein Nagel ist weg. Oh mein Gott, zeig Bobbi die Kamera, die Menschen. Bobbi. Bobbi. Oh. Ehh. Döner, döner, döner. Döner. Mehr döner. Ich zeig, Gott. Komm, es nah. Oh, wie süß der Hund. Oh, Baby. Oh mein Gott, guck dieser. Bitch. Wo willst du den Hund? Kannst du mal probieren. Das Ding ist so flüssig wie mein... Das ist nicht. Hallo. Ist es zu groß überhaupt? Oh nein, tut das Hinde-Ding. Hast du Ventilator? Ist schon hart? Wieso ist es bei dir schon hart? Weil ich geblasen habe. Das macht am meisten Spaß, actually. Du kannst sagen, Raph's Plastic Life hat meine Finger geblasen. Weiß ist schon schicker. Ja. Wir tun auf diese zwei Sachen drauf, gell? Sechs Stunden später. Oh mein Gott, wir haben eine Hand fertig und ich kann schon jetzt nicht mehr. Wie findest du? I'm with love. Ich bin so neidisch. Das sieht so gut aus. Jenny, ich komme nächste Woche, okay? Du sollst diese gerne. Die zweite Hand. Wir haben schon ein paar Sachen ausgewählt. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben den Donut. Und dann, wir melden uns mit dem fertigen Produkt. Hebt Klang. Oh mein Gott, wir sind einfach fertig. Look at these nails, honey. Look at these nails. Guck mal, wie schön die Nägel sind. Guck mal, wie schön, dass sie sind. Ich kann nicht mehr. Living, Legend, Icon. Die Bürgerlichen können nicht. Man muss auch ehrlich sagen, ich habe bei der Modellierung, Feilung, Verfräsung, Acryl drauf tun. Ein bisschen Unterstützung gebraucht. Danke. Danke, dass du dein Studio aufgemacht hast für mich. Nur das Ding muss weg. Sehr, sehr gerne. Danke dir auch, dass du mitgemacht hast. Boah, ich kann nicht mehr. Wirklich zu gut. Und hier ist noch ihr Instagram. Da unten findet ihr das. Und, of course, auch der Instagram von Miss Jenny von der Blog. Gigi hat gefilmt. Jenny, wo gehst du hin? Sie war schon bereit, to leave me alone. Wie fandest du die Erfahrung? Ja, super interessant. Ja, und vielleicht hast du dann auch mal gesehen, die Arbeit von meiner Seite. Wie das ist. Super anstrengend. Furchtbar. Hasse ich. Oh mein Gott. Schon. Man unterschätzt das voll. Aber ich finde, du musst so präzis sein. Du musst geduldig sein. Du musst die Wünsche von den Kunden eingehen. Verstehe ich hier nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, auch meinen Kanal zu abonnieren. Gucke die Werbung immer durch, weil Mama braucht Versace. Okay, ist sehr expensive. Folgen wir auch auf Twitch, Instagram, TikTok. Und wir sehen uns ganz bald mit wieder einem beschissenen Video. Good day and goodbye. Und das musst du mit mir machen. Wir machen das so. Und dann... Aaaaaaah!